hallo liebe freunde und herzlich willkommen zum neuen daily video report mal wieder aus unserer wohnung aus unseren haushalt euch einige draußen wie immer einen wunderschönen was auch immer ihr draußen machen mögt ja denkt dran folgt mir gerne auf instagram tik tok marcolorenz youtube marcolorenz youtube einfach folgen und denkt dran ich rede mal ganz kurz dran wir haben unser daumen gewinnspiel ja wir suchen die likes für unsere videos habt ihr ein like für mich über macht das ab 100 likes auf ein video von den aktuellen ausgaben die wir sehen da bringen also ab 100 likes starten wir ein neues gewinnspiel also meinetwegen das video gestern 100 likes oder das video für heute 100 likes ja oder das video morgen 100 likes ja morgen haben nämlich einen neuen produkt test und zwar haben wir das usb ladekabel von statik mal getestet da wird vieles versprochen also ich saß das gefühlte von 16 uhr mindestens 16 uhr an bis jetzt knapp 20 uhr vom pc schneiden 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 aber es egal damit das video morgen auch primetime 2015 auf youtube kommen kann freitags immer 2015 primetime werden wir hier es schaffen diesmal gibt es von statik dieses usb ich nenne es mal so wortwörtlich schnell lade unzerstörbares kabel das war es quasi so ein begriff wo quasi alle vorteile von diesem kabel zusammengefasst habe für euch und ob das kabel wirklich alles schafft das werdet ihr sehen in den produkttest morgen 20 uhr 15 auf youtube seid gespannt weil wie sagen wir immer wieder gerne wir testen gerne für euch artikel bevor ihr sie kauft und euch nicht darüber ärgert denn das lieber uns die sachen testen und dann sagen wir euch in dem sinne kaufenswert oder nicht kaufenswert also quasi ist es was wo man sagt ja geil hat die welt doch gewartet oder ist es eher was wo man sagt dazu morgen mehr 2015 hier auf jetzt ist ganz weg hier auf youtube neue primäre statik kabel im produkttest wir wollen nicht viel so viel daraus sagen ob es uns überzeugt hat oder nicht ihr kennt ja unsere diversen tests die wir auf unserem kanal immer wieder bringen das sind ja immer wieder wo wir wirklich ans material beigehen wo wir wirklich auf nieren testen ja wir auch beispielsweise demnächst auf youtube tballs wir testen auch demnächst tballs auf youtube ja und das testen wir wirklich quasi indem wir die sachen kaufen oder uns zuschicken lassen wenn ihr hersteller es macht aber in meisten fällen kaufen unsere produkte selber und testen sie dann für euch um zu sagen oh geil das ist unser service versprechen an euch unter anderem unter anderem unser service versprechen euch quasi mit reinnehmen in die welt bevor ihr quasi ohne die kosten oder lost places ja zum beispiel hatten wir in diesem jahr hatten wir noch mal eine live begehung eines lost places gehabt wo wir im letzten oder vorletzten jahr drin gewesen waren um uns quasi über den aktuellen sachstand zu informieren im gebäude ja schaut man nach ist in der rubrik live test beziehungsweise ich glaube unter lost places ich habe schon da gelistet und normalisten mal gucken weil ich ist mit drinne live begehung lost place oder live lost place die rückkehr heißt es ja könnt ihr mal reingucken da seht ihr mal also das place wo wir gewesen sind und wenn euch jetzt andere video von davor ansieht ja dann seht ihr auch nochmal den sinne unterschied früher wo wir da waren und aktuell wo wir da waren diese not place ja gut mehr soll ich sagen wir warten aktuell auf regen es bewirkt sich langsam es soll tatsächlich auch hier oben im wick im vorbom mal wieder ein bisschen regen geben ich wäre froh darüber wir erwarteten heute post die post kam heute nicht die post dafür morgen vielleicht kommt ich hoffe es unser wasser filter und auch unsere neue pumpanlage womit wir quasi unsere pflanzen im garten autonom versorgen können also quasi wir müssen dann nicht um mit hingehen zum gießen sondern wir werden automatisch gegossen zu bestimmten Zeiten in die wir es haben wollen mit idealfall ich hoffe es funktioniert doch so und sogar wasser sparen was das genau alles ist und so weiter sind ja auch reißen an sie beraten youtube video wenn die sachen da sind und wir haben einen film von gedreht dann seht ihr das auch also viele 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 neue folgen noch demnächst auf youtube deswegen abonnieren teilen abonnieren teilen folgen auf instagram tiktok makronos unterstrich youtube und denkt an unser daumen gewinnspiel ja 100 daumen auf ein video und wir starten ein gewinnspiel wir verlosen 50 euro als gut haben karte für einen von euch über 3000 user mitarbeiter da draußen einer von euch 3000 kann 50 euro als gut haben karte nur durchs däumeln ja durchs däumeln aktiviert ihr das neue gewinnspiel also däumelt 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 ab 100 daumen für ein video gibt es ein neues gewinnspiel also vielleicht gestern also vorgestern hatten wir 5 daumen gestern war es auch nur 5 vielleicht erreichen wir heute mal das doppelte däumelt mit damit wir ein neues gewinnsspiel stärken können ich bin der däumler däumler kleine witz naja muss man verstehen also bis morgen mehr zur neuen video report euer marken lorenz und tschüss schönen abend noch